So, oh, ich habe gerade X-Term geöffnet, ich glaube es ist X-Term, egal, so, willkommen zu, ja, Friedum 1, Episode 4, ja, neue Episode, neues Glück, die letzten Let's Plays, ich glaube, hat man gemerkt, wandert es nicht ganz so nach meinem Geschmack, von daher hoffe ich mal, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger anfängt und ich nicht instant kotze, nichtsdestotrotz, ich habe schon wieder X-Term geöffnet, ähm, ist auch egal, äh, nichtsdestotrotz, ja, äh, Friedum, genau, lalalala, ja, äh, ja, es ist mittlerweile, ich mache mal doch hier weg, kommt weg, ich mache mal doch den hier, da seht ihr es besser, ähm, mittlerweile gibt es eine neue Version, ist mittlerweile der Militkandidat 7 draußen, von 2019 jetzt, also immer noch nicht die offizielle Version, sondern immer noch nur Militkandidat, aber wir werden auf jeden Fall Friedum 2, denn damit mit einer neuen Version spielen, so, oh Gott, alles korrekt, ja, sollte passen, ja, darf den Code hat mal abgeschlossen gehabt, von daher haben wir jetzt bloß noch diese 3 Let's Plays hier, wow, 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 Leute, immer schon ruhig bleiben, was, hier auch, wohl, erstmal richtig Waffe hinnehmen, hier wird scharf geschossen, hier wird scharf geschossen, hier wird scharf geschossen, ok hundertvollzig Gegner, direkt in der ersten Map alle Höhe ja gut hauptisch gesehen hier komm her oh, ist offen äh ist ja der gleiche rum ah das ist ein Secret? also ehrlich jetzt, ist ja wirklich offensichtlicht offensichtlicht ist akushe oh gut gut einfach speichern hat er mich grad eh getroffen? ich glaub's nicht ja 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 Ah, wir sehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Immer diese Geheimnisse, die sich als Falle entpuppen. Das gefällt mir gar nicht. Aber mindestens was auch in Siegeln. Trotzdem, die Impfs hätten sie weglassen können. Das war over the top. So, gehen wir jetzt hier oder gehen wir auf einen anderen Weg? Scheint beides das Gleiche zu sein letztendlich. Gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Das ist auf jeden Fall noch eine rote Tür. Erste Munition hier aussammeln. Ach was. Können wir später immer noch machen. Oha. So. Halleluja. Ich hab immer diese ungewöhnliche Zeitgenossen. Kannst du noch jemanden? Wow! Ja, das war dumm. Und er wechselt auch schon die Waffe, wenn er direkt vor dem Feind steht. Woa! What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Hat er sich da einfach versteckt? Ich glaub's nicht. Ist da noch einer? Wow! So, das müsste jetzt der andere Blick sein, genau. Wow! Ah, bitte hier unten. Braun, da ist grün. War ja sehr offensichtlich. Haben wir schon mal drei von fünf Sequeds? Ach so, eins war da unten? Nee. Eins war da unten. Ach ja, da wo wir die Minigun herhaben, stimmt. Da war auch noch ein Secret. Ja gut. So, dann auf der zweiten Runde. Äh, woher ist da? Oh! 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 Das war's doch! Könnt ihr mir euch erzählen, ja. So, das ist jetzt wieder Du-Style. Genau! Aha! Was? Komm her! Damit haben wir schon mal vier Secrets. Nice. Gefällt mir. Oha. The question is, wie kommen wir da ran? Hier ist was? Nein. Da kommen wir nicht vorbei. Okay, wir brauchen irgendwas. Ein Schalter oder so. Gibt's hier was? Ne, ist ja ein Secret. Dürfte also für die Map nicht relevant sein. Wobei es gibt's ja auch, ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Vanilla Doom war oder bei irgendeiner anderen Map Pack. Da gab's mal Sequels, die muss man finden, um in der Map weiterzukommen. Aber ich glaub nicht, dass das Vanilla Doom war. Sondern das war eher so ein... Stilmittel von einer... Von einem... Ja. Ja. Ach, jetzt noch mit dir. Ah, Lego, ja. Was? Das ist der rote Kino. Fuck. Boah. Boah, ich hatte so natürlich immer zugegeben. Das ist doch illegal. Ja. Vor allem, wie wir grad gemerkt haben... Hat... Die gehen immer dann sogar mit der wenigsten raus. Das treffe ich nicht. Schade eigentlich. Was? Ah. Okay. Gut, der muss sich jetzt grad nicht unbedingt anlegen, aber... Reflex und so. Wow. Halleluja. Wow. So. Hier sind zwei Türen. Ich speichere schon, wie der viel zu oft... Auf... Da war doch gerade irgendjemand, der hier so geschrien hat, so Da hinten ist auf jeden Fall was? Da hinten ist ein Schalter. Und da höre ich auch jemanden, gibt es hier irgendwie mal so ein Schwimmsuit oder sowas? Ne, ne? Kein Bock, da durch die Brühe zu laufen. Oh, jetzt sind wir wieder unten, okay. Kein Bock, da durch die Brühe zu laufen und jetzt mal hier schon Schaden zu kassieren, das ist ja nicht die feine Art. Ist das ja nicht gerade. Ist das das die Grüt? Nein. Na gut. Einmal durch die Brühe. Vor allem ist er noch ein Gegner. Was? Was? Wo kommt die denn jetzt hier? Och, Mann, Alter. Alter, bitte nicht von beiden Seiten. Oh, klar war doch klar. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Mann, wie denn jetzt so... Was ist das hier? Oh Gott. Ja, klar. Ihr habt doch... Klar, Alter. Wir brauchen Leben. Und ein Rüstung, wenn es geht. Was? Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, ja, okay. Das hier ist natürlich nicht gerade die feine Art. Oh, danke. Fuck. Ach Gott. Gab's nicht nur irgendein Healthpack? So rein zufällig? Nein, schade. Ach Gottchen. Oh, was tue ich denn hier? Gut. Gut, hier gab es auch nichts mehr, okay, dann gehen wir mal zurück, wir haben jetzt die rote Karte, mit der kommen wir dort in die, äh, Tür rein, die hier, okay. Ah, oh, du Scheiße. Oh, hier kommt man ja durch. Wow. Ach, lasse ich das stehen. So. Bitte was? Och nein, och nein. Schon mal was vom Treffen gehört? Oh, da ist jetzt Exit. Da ist eine Rüstung. Für es nicht. What the? Och, leck mich doch. Oh, das ist der erste Mal. Oh. 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 die nicht rein. Ist das schon mal was? Ähm, ja, komm hier. Achso. Brauchen wir eh noch den gelben Schüssel. Achso, klar. Da hat jetzt dieser gelbe Knopf diesen, diesen, diesen ja, Zylinder da gesenkt. Ich finde noch ein Secret. So, ob das ist. Ich hoffe, sie finden das noch. Vielleicht gibt es ein bisschen Health oder so. Äh. Ach, das ist schon einer. Da ist ja was rosan ist. Okay. Okay, das sollte Oh, ja, hier. Da. Aha. Aha. So, wo muss man jetzt hin? Ähm, wir haben Oh, ja. So ein gelben Ding ist der Wumpster. Die beste Beschreibung meines Lebens. Jetzt fehlen noch 30 Gegner. Und das war so, ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach, leck mich doch. Ach du meine Hühnerkacke. Was? Achso, hier. Ah, komm her. Ah, komm her. Oh, yeah. Oh, ok her. Oh, wow. Oh, genau. äh, sind wir noch oben ach ne, dicke Dinge sind das Hotel gefahren, ok ah ah that makes sense ist so ein bisschen umständlich aber ok so jetzt kommen wir genau, hier waren wir bereits war ja noch was? ja, Kettensäge wobei ich schon sagen muss, so rein vom Design her finde ich die Kettensäge aus äh, Freedom Ultra hässlich hier ist nichts drin dann war das, ach ja musste man da hinten rum rein jawohl, perfekt danke naja, finde ich die Kettensäge aus Freedom Ultra scheiße ist ich weiß nicht äh, ah äh, genau, hier ist ja so vom Style her nicht meins uns fehlen noch 20 Gegner was hatte gerade ein Pinky gehört oh schau mal ihn an hat sich hier noch eiskalt ein Pinky versteckt gehabt oder kam jetzt hier noch mehr ja, leck mich doch ab ach du Scheiße hier ihr wollt mich doch alter leute ihr wollt mich doch ihr verarschen oh komm her da ging doch mal so ne Dinger runter, oder? ey, das ist doch jetzt nicht so normal hier oh Gott, oh Gott, oh Gott ist ja hier schon illegal ach von ihr auch noch da leck mich doch naja, wir sind jetzt alle Gegner also für die vielen auch die warten wahrscheinlich im Ziel auf uns okay ich dachte, da kommt doch was kann ich ja hier noch ruhig die Munizur ein bisschen einsammeln danke oh, du warst ja schon okay okay verstehe ich ich verstehe nicht, warum da oben die Schrift nicht mehr kommt normalerweise kommt doch oben, wenn man mit Games Saved und so'n Scheiß warum kommt das nicht mehr? ja, hier steht's na, verstehe ich nicht na gut gehen wir jetzt mit der aktuellen Version äh ne, Version 3.6 na gut dafür beworgen schau mal drauf die